Mein Name ist Wolfgang Behrendt. Ich bin der Schulleiter der Schule an der Firneburg hier in Langenfeld. Wir sind eine Förderschule für geistige Entwicklung des Kreises Mettmann. Wir haben hier zurzeit ca. 170 Schüler in 16 Schulklassen, wobei es hier keine Versetzungen gibt. Das heißt, es sitzen hier auch Kinder in Klassen, die nicht unbedingt im ersten Schuljahr sind. Da können dann auch durchaus Zweit- oder Drittklässler mal drin sein, wenn das individuell Sinn macht. Wir haben ca. 100 MitarbeiterInnen hier an der Schule. Davon sind 60 Personen in Voll- oder und Teilzeit Lehrkräfte. Neben den Lehrkräften arbeiten an dieser Schule hier PhysiotherapeutInnen, Krankenpflegekräfte und darüber hinaus gibt es auch Schulbegleitungen, die die Kinder in ihrem individuellen Lernprozess unterstützen. Eine weitere Besonderheit unserer Schule im Gegensatz zu anderen Schulen ist, dass wir die Primarstufe, die Sekundarstufe 1 und die Sekundarstufe 2 umfassen. Das heißt, wir unterrichten hier Schüler im Alter von 6 bis über 20 Jahren. Wir haben als Schule in unserem Leitbild unsere wichtigsten pädagogischen Ziele formuliert und sie in vier prägnante Sätze formuliert. Das ist zum einen, wir sprechen miteinander. Das umfasst den Bereich der Kommunikation. Zum zweiten, jeder kann etwas besonders gut. Jeder Schüler an unserer Schule wird hier individuell gefördert mit seinen Stärken. Im Team sind wir stark, ist unser dritter Leitsatz. Der betrifft natürlich die Zusammenarbeit auf allen Ebenen und zuletzt fit für die Zukunft. Wir bereiten unsere Schüler umfassend auf das Leben nach der Schule mit und ohne Beruf vor. Jede einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler an unserer Schule wird nach einem eigens für ihn oder für sie erstellten Stundenplan unterrichtet und gefördert. Es gibt eine Riesenpalette an Fördermöglichkeiten und vier Schwerpunkte möchten wir im Folgenden gerne etwas näher vorstellen. Hallo, ihr werkt! Okay, drehen! Sag nochmal, wer soll neben dir sitzen? Noah! 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 Noch mal Kitschel. KPCEL! KPCEL-MILCH! KPCEL-MILCH! Charlie! Noah! Matt! Topaz! Mach auf die Stürmer! ralcharged! Nacht! Köse Jakob! Nach! Das war sehr lustig. Das war sehr lustig. ,chein. qué령! Jonas, es reicht jetzt! Ah, jetzt sind wir schon wieder weiter. Ein, zwei, drei, vier, acht, fünf, 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 fünf. Super! Versuch mal die Beine zu bewegen. Jawoll! Sehr gut! Super! Nochmal! Finger drauf! Genau, guck mal, dann kannst du das... Hallo? Dann kannst du das hier in die Brüche. Und wenn aufgeräumt ist das! Super! Ja, findest du noch was aus der Küche? Oh, ich hab den Mund öfter! Deutschland liegt in Europa. Wie tue er richtig oder falsch? Der Edgard. Ich möchte nicht. Drück auf A! 100 Punkte! Also, das ist der B-Boot. Hier ist 4. Hier ist rechts. Hier links. Hier zurück. Und go! Dann gehst du hier hinten hin. Du kannst das hier wieder einführen. Oder mit einem Rechtsklick. Oder mit einem Rechtsklick. Zeige ich dir jetzt. Genau, wie eben. Schön, nochmal raus. Eine Aussage, ne? Ja, guck mal. Hier ist einfach Platz. Hier kann man natürlich echt... ... 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